Es sind 5 Jahre vor dem Zusammenbruch der Zidatelle und dem Tod von Eli Venice. Subjekt Elix Venice, Alter 19, Geschlechtsweiblich, Zugehörigkeit, menschlicher Widerstand, aktueller Auftrag, Aufklärung. Und somit herzlich willkommen zu Half-Life Elix. Wow, wow, that's our seed. Tschüss, Taube. Drücke um dich schnell noch. Wow. Das sieht mega gut aus. So. Ich will schon etwas Musik hören. So, jetzt. Ja, tschüss. Schönes Buch. From here to there, in under one second, Dr. Isaac Kleiner. Ja, schön. Und die Katze dort unten. Das habe ich schon gesehen in dem Video, dass man das machen kann. Richtig cool. So nice. Streichhölzer. Ich bin der Anruf von Eli Benis. Ich bin der Anruf von Eli Benis. Ich bin der Anruf von Eli Benis. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hm. Hm. Andere Wände. Ich bin der Anruf von Eli Benis. Wieso? Einfach so? Der Doppel sich nicht mehr. Ich will hier nochmal rausschauen. Oh. Sorry. Sieht richtig gut aus. Okay. Gehen wir mal weiter. Das ist so cool gemacht. Scheiße. So. Drücke und halte die B-Taste um das Spielmenü ein und aus zu bleiben. Okay. Ich will noch schnell schauen, ob ich hier was einstellen kann, was wichtig ist. Nein. Sonst gibt's nichts wichtiges. Oh. Weg mit dir. Oha. Das geht sogar. Oha. 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 So cool. So cool. Oha. Was zum Teufel ist das? Oha. Oha. Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo, hallo, kleines Fliech. Hallo. Aufschrauben können wir das lernen. Mini-Reaktor. Not coffee. Oh, Satuna. Satuna. Come, please. Oh, this is. Oh, has it got to ask it? Amerika. Was sehen wir hier durch? Okay. Irgendwie erkenne ich hier nichts Bestimmtes. Keine Ahnung, was das so? Sieht aus wie in so einer Maschine. Interessant. Ein Körnzeer. Der nichts Schlaues anzeigt. Was schwieriger ist, hier zu navigieren, weil ich keine Ahnung habe, wo ich in meinem Raum gerade stehe. Hinein in den Lift, wahrscheinlich die 1 oder 0. Ich komme ja schon. Okay. Ja, ich komme ja schon. Oh, was geht jetzt los? Stay safe. Einbruchsversuch. Sie sehen nicht gerade freundlich aus. Hallo. So zum Glück sehen sie uns nicht. So zum Glück sehen sie uns. So zum Glück sehen. So zum Glück sehen sie. Ja? ja ja pass auf es passiert Was geht hier? Okay Irgendwas geht hier vor Ach du Scheiße, sieht das aus? Okay Okay Puh Nichts passiert Ich hab mich nur gefragt ob das geht Ich muss Wieso nehmen sie Leute mit? Was geht hier vor? Was geht hier vor? Boah das ist so ungewohnt Wenn man sich nicht bewegt Auf einem Spiegel bewegt man sich Hier ist eine offene Türe Sollte ich hier rein? Das sieht wie danach aus Sieht wie danach aus Hallo Okay Okay Dann halt nicht Das sieht so gut aus Greif Greif nach deinem Spruss Um die Leiter in die Autokette Oh So gut So gut So gut So gut Oh So gut 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 Da sind wir rồi ab in den fahrstuhl das hört sich nicht so gut an das ist mein Vater nein das ist so intensiv verflechtungen das ist so der Wagen ist explodiert das Bein das sieht nicht so gesund aus ich komme hier irgendwie raus ja 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 spiel sieht so gut aus ich weiß nicht so gut aus ein schönes auto. ich muss da mal kurz durch. geht das? hui! holy shit komm schon! schade geht nicht. ok dann hier die weiter hoch soll er nicht runterfallen? nein! da ist ja die drohne! wow! ja das war's dann wohl mit der drohne. ich stelle jetzt kurz vor. ich mache den anderen. ich hatte einen anderen. ich habe den anderen. Okay, klicken wir mal auf den Knopf hier. Scheiße! Okay, Liff, warte, ich drange auf die Karabine. Nein, es explodierte. Ich bin gut, übrigens. Gut, gut, gut. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich weiß, das ist schlecht. Ich weiß, das ist schlecht. Ich weiß, das ist schlecht. Wir haben etwas sie nicht. Was ist? Great, wir hören es. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not though. I mean, they could just drill into us. Oh, yeah. Still your dad. Right, well what they will do is take him by train from here. What? This is Eli. Two Nova Prospect. And if he gets on that train. That's it. Right? Not necessarily. Grab something that represents us. What? Was? Was? Was soll ich machen? Ich hab mich zugehört, sorry. Was ist? Yeah. Just grab anything. Irgendwas? Was? Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. Alright. Fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Okay. Is that safe? We're going to do it. We're going to do it. Yeah, we are. I'm with you every step on the way. Okay. Gut. Das finde ich gut. Eigentlich wollte ich gerade hier in den Kühlschrank schauen. Don't eat. Ich glaube, das kann man nicht essen. Gibt's vielleicht ein Eis? Nee, leider gar nicht. Schade. Oh, das ist ja süß. Wackelkopf. Scheiße. Nein. Nein. Okay. Okay. Das ist ja süß. Hallo. 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 Ja, was ist denn? Hallo. Hallo. Sag doch was. Hallo. Okay. Genug angered. Nehmen wir uns mal diese Handschuhe. Sieht interessant aus. Sonst noch was? Mhm. Hallo. 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 alley Давай重 noten. ночi. Adila. Victors. iPhones. Nehmen wir uns mal. Au. Neh. Na, warte. Na, warte. Wir müssen jetzt eine아니re, nicht. ok ja jetzt schon noch mal probieren scheiße ja ok drücke die Taste muss ich jetzt die immer einladen? ah ok ok warte noch mal k k k k k k k ok k 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 Ja. Den Schulter. Gut. Nein. Okay. Okay. Nein. Lade vom Ganglade. Das sieht ja riesig aus. Die Quarantänezone. Wow. Holy moly. Was ist das bitte? Wow. Oh. Hier hinten gibt's nichts. Gar nichts. Okay. Oh wie das aussieht. Mega gut. Oh. Oh. Sogar. Okay. Hallo. Hallo. Komm. Komm. Ich wieder. Äh. Alter. Komm. Geh da runter. Geh da. Runter. Hab dich mal nicht so. Komm. Sei ein braver Zombie. Ach komm schon. Und. Ja. Oh. Dort unten liegt noch jemand da auch. Dort auch. Das ist so geil. Wir haben jetzt einfach einen Power-Better-Heldmann. Dort geht's weiter. Komm. 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 Sei ein braver. Komm. Jetzt komm. Komm. Brav. Hoffentlich hat das niemand gehört. Komm. 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 Und jetzt, wie mache ich die Tür auf? Ja. Fühlt sich gut an Braserwurm. Tschüss, ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Kannst du irgendwas, was ich brauchen könnte? Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, careful of that barnacle, Alex. Warte. Christus. Oh, nicht ich. Wow. Oh. Ja. Komm. Komm. Oh, my. Oh, gross. Okay. Nein. Oh. Ist das richtig? Keine Ahnung. Komm. 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 Hauptlich nicht so. Jetzt komm schon. Sie haben Hunger. Ja. Jetzt. Der Typ ist aber auch schwer. Ja. Ach, jetzt komm schon. Komm schon. Ich kann ihn nicht auf. Wie. So hässlich. Nein. 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 Oh. Zu Glück hatte ich den Helm. Scheiße. Nein. Puh. Langsam wird es heiß hier drin. Ah. Ah. Was gefunden. Ja, warte. Oh, warte, warte. Das muss ich austesten. Okay, das geht nicht. Also, ich mache hier kurz eine Pause und wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Immer schön dran denken, Daumen hoch und abonnieren. Daumen hoch und abonnieren. Daumen hoch und abonnieren.